Ja, zweite Folge der vierten Mission. Wir sind dabei, um ein bisschen aufzurüsten, ein bisschen Arbeit zu schaffen, weil wir können auch ein paar Filz hier machen. Und wir haben ganz gut Gold. Wir kommen schon mal die nächsten Samurai hier hoch. Warum schießt der da eigentlich noch nicht? Die Feuerpfeile warten auf Arbeit! Salve! Söndert die Lunden! Salve! Ich weiß noch, schieß doch mal rein. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Soooo. Feuerpfeile sind bereit! Oh, jetzt gehört es die Maus. Ich bin bereit. Eure Waren wurden verschickt. Yumihe. Zumbiwa, Yosu. Aha. Der fehlt. Wie ihr wünscht. Soooo. Die Leute sind nicht so ultra krass. Irgendwie. Gegen Einheiten. Alles gegen Einheiten. Ich bin bereit. Bringt uns zu den Bauern. Bringt die Leitern hier rüber. Kann ich mich einfach hier dran setzen? Oh no. Oh no no no. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich benötigt Waffenhoheit. Alle Mannen wieder jungen. Taichou. Ojobide. Eikon. 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 Yumihe. Zumbiwa, Yosu. Und die ich bin deins. Kommer. Taichou. Yumihe. Ido. Suche nach Zielen. Greifen die mich an oder greifen die diesen Wohrlaut an? Ey. Zumbiwa, deik temas. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Eure Waren wurden verschickt. Die Feuerpfeile manchen auf Arbeiten. Irgendwie von den Ballisten bin ich nicht so überzeugt. Irgendwie. Wenn das nicht zu tun. Feuerpfeile sind bereit. Wir haben die Zähne im Blick. Immer ein Wohrlautstück. Warte. Ich unterstehe euren Befehl. So. Ihr benötigt Waffenhoheit. Was? Warte. Weglaufen. Leiterträger sind bereit. Ich weiß nicht, ob der eigentlich hier unten sehen will. Wir waren am Boden verschickt. Wurkherr. Ein fremder Wurkherr hat uns zu besprechen eingeladen. Ja? Ja. Machen wir gerade. Yumihe. Zumbiwa, Yos. Jawohl, Wurkherr. Wurkherr. 1 Wurkherr. 5 3 1 1 2 2 Ich unterstehe eurem Befehl. What are you doing here? Was ist hier passiert? Jawohl, Borker! Eigentlich. Okay. Eure Waren wurden verschickt. Ich brauche noch einen Samurai. Euer Befehl. Okay. So, ich war eigentlich hier dran. An dem. Da kommt aber noch so ein hier. Kaufe ich mir so. Bartspulver Sprengfalle. Oh mein Gott. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Machen wir doch mal. Ich versuche den mal auszudiplomatieren. Ihr benötigt Waffenhoheit. Der Samurai da. Wir verbrennen jeden, der sich nähert. Der Samurai. Der Samurai. Der Samurai. Noch einige. Wurfgeschützplattformen steht bereit. Ja, wir müssen mal ein paar Amo-Strips bauen. Holy crap! Wir müssen aber was verkaufen. Nicht genügend Waren. Oh Gott. Verstanden! Jawoll! Das war mein Burker! Mein Burker ist tot! Oder? Der Feind greift unseren Burkfried an. War gar nicht der Burker. Das ist der Burker. Ja. Wir werden angegriffen. Wer fehlt? Jawohl, Burker. Wie ist es so richtig, dass wir dieses Spiel eigentlich haben? Wir sehen uns mal, oder? Eure Zaren wurden verschickt. Eisen gewöhnt. Ah! Wir brechen auf! Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Burker! Wir werden richtig krass durch mich durchwüten hier. Der fehlt. Taicho! Wir haben alle meine Bogenschützen kaputt gemacht. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Nicht fair. Eieieiei, wir sind richtig schlecht dabei. Wir verbrennen jeden, der sich nähert. Der in den Verband nehmen. Auf die Zeilen. Und wir verbrennen gegen die Beine zu klein. Auf die Zeile. Und die Beine ist gleich. Ihr habt euch, die Neueu-Mäste zuwenden. Ich bin bereit. Ach, was ist die Beine zu tun? Und mit der Beine zu machen! Das regnetzagst die Beine zu machen. wieso wird dann immer mal sicher jaja stelle ich mich doof an heute ich ihr benötigt waffen hoheit euer getreuer diener wenn ihr keine lust mehr auf krieg habt kommt zu mir und wir unterhalten uns über frieden wir brauchen samuwei abwehr ein sehr interessantes angebot schnell eure waren wurden verschickt eure waren wurden verschickt eure waren wurden verschickt ich werde keinen stein mehr 0 null stein warum er keine ruhe lassen soll weiß es nicht ich werde überhaupt nicht geholfen hier diese ballistenplattform hilft überhaupt bringt uns zu den mauern wurfgeschütz wartet auf eurem befehl so ein ding bauen wir auf jeden fall kann helfen beim nächsten mal bestelle ich auf jeden fall kein holz sondern bögen wieder weil sie haben den holz eingestellt ähm ja wir brechen auf oh befehl general Befehl. Dann brauchen wir noch einen Sambi bei. oh jawohl jawohl Wulff geschütze ist da oh oh no jawohl was ist hier los Befehl ich unterstehe eurem Befehl ei 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 wir haben die zähne im blick ähm okay du liefer mir steigen 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 sogar da durchgekloppt wir verbrennen jeden der sich nähert feuert die Pfeile ab euer Pfeile sind ähm ja wer fehlt sie werden wie viel sterben so kann ich hier noch einbauen ja jawohl der feind greift unseren Burgfried an jawohl wir müssen mal einen nach dem anderen ich habe das gefühl wir brauchen nicht nur oben schützen oben schützen auch mal auch ein bisschen abo schützen ne ne das ist auch ein ah ich bin äh nicht gut gerade ich bin nicht gut das gebe ich offen und ehrlich zu gar nicht geil was ich hier mache komm komm was kann ich hier los was kann ich hier los oh dann müssen wir den hier hinten mal alleine lassen mal fünf gerade sein lassen hier ist das überhaupt so wir haben die zähne im blick die feuerpfeile warten auf Arbeit die feuerpfeile warten auf Arbeit das Holz zusammen Auto verkaufe ab 1.000 Euro so kein Wassertrog so zwei Bomben bauen ihr benötigt Waffenhoheit wäre cool wenn ich nicht wieder komplett mein Land verlassen nur um äh eure Waren wurden verschickt eure Waren wurden verschickt eure Waren wurden verschickt nicht komplett einmal hier neu los wäre ja ganz nett keine Bögen heute schickt mir Bögen heute noch cool ich muss ja auch gar nichts anderes machen außer die Steine zusammen so die Kontrolle kann ich mir noch nicht anfordern noch ein bisschen warten das ist nur ganz nett Togenschützen holen für den nächsten aber es ist immer gleich ganz nett bei meinem warlock nichts bei dem war wo ganz nett er macht richtig schaden hier einer einbogen schüttelt ihr benötigt waffen hoheit doch sechs sieben samurai zusammen gar nicht was am anfordern anlegen Ich meine, es bleibt ja immer nichts anderes übrig, außer diese Drohung rein. Oh Gott, das war schlecht. Können wir auch schenken können. Ein sehr interessantes Angebot. Die Holyo haben noch nicht aufgegeben eure Hoheit. Wir müssen aufpassen, dass niemand versucht, die verlorenen Kriegsherren zurückzuerobern. Schöne alle auf einen. Aber wir haben es schon mal sehr gut mit Bessermanteilen. Dann mal da runter. So, jetzt einen nach dem anderen. Eure Waren wurden verschickt. Hojohei, 준비, kandio. Taicho, Oyobide. Ich gehe jetzt alle in den Haken. Es sind fremde Diplomaten angekommen. Fuck. Eure Waren wurden verschickt. Eure Waren wurden verschickt. Pfeile sind bereit. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Nimmu wa? Yumi no Junbi wa totonottemasu. Wir haben die Zähnen im Blick. Zündet die Lunden. Wir haben alle Bogenschützen wieder verloren, Leute. Wir haben alle wieder verloren. Ja, alle wieder verloren. So, noch ein Samurai. Okay. Wir haben die Zähne im Blick. Okay, der Angriff ist durch. Ich bin viel schlecht. Oh. Das hat wehgetan. Das hat innerlich richtig wehgetan. Okay. Ein fremder Burgherr hat uns zu Gesprächen eingeladen. Eure Waren wurden verschickt. Dein. Eure Waren wurden verschickt. Eure Waren wurden verschickt. Mist. Wie ihr wünscht. Die sind fremde Diplomaten angekommen. Oh. In Ruhe. Mit dir. Eure Waren wurden verschickt. Wie ihr wünscht. Ein fremder Burgherr hat uns zu Gesprächen eingeladen. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Oh. Hilft uns vielleicht ein bisschen. Der Feind nähert sich. Vielleicht hilft es. Wir werden es. Auf Wiedersehen, Herr. Wir werden angegriffen. Quatsch. Ich unterstehe euren Befehl. Eure Waren wurden verschickt. Also es ist okay, dass er sich jetzt hier ein bisschen auffällt. In der kurzen Zeit kann ich mich mit meiner Armee ein bisschen weiter aufbinden. Und weiter Steine sammeln. Auf Wiedersehen, Herr. Was, das hat er sich so gefallen lassen? Ich kriege ja gar nicht ein. Bruchherr. Verlagerungsabwehrvorrichtung wartet auf Befehle. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Jetzt, der Feind nähert sich. Kommido. Okay. Eure Waren wurden verschickt. Ich bin richtig verwirrt, dass sie jetzt abgeht. Okay, wir kommen doch nicht mehr durch. Da warten die auf die. Doch, soll. Ich meine, so lassen sie sich gut abschießen. Gebt uns ein Ziel vor. Söndert die Lunden. Ach, der irgendetwas, das Ding. Ich finde, es ist sehr schlecht. Dann ist der entweder benutze ich sie. Kommt, fängt falsch. Gut, damit kann ich überleben, wie es aktuell läuft. Ich meine, wir haben schon eine Amurai niedergemacht. Eins, zwei sind der da. Vor allen Dingen zum Beispiel hier. Ist noch nah am sterben. Hier haben wir eine ganze Menge Halbstarke. Wir haben die Zähne im Blick. Nur ein Mensch. Ihr benötigt Waffenhoheit. So, werden wir jetzt den Eingriff noch abgeben. Nee, wir machen keine Folge. So, noch eine Folge. Ein Master. Ich muss auch kein Anforderer machen. Eher. Propos kabarieren. Schein. Also, die haben sich doch nicht aufgerafft, mit etwas zu tun. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Sich nicht mehr bewegen. Ein sehr interessantes Angebot. Ich muss drücken. Ich brauche mehr. Eure Waren wurden verschickt. Ob ihr nichts mehr macht. Hier geht noch. Wir sind jetzt bald alle tot. So. Und daher kann ich nur. Nee, das ist kaum. Das ist auch schon die nächste Armee. So, das ist auch schon die nächste Armee. Ja gut. Ich könnte Reis von ihm anfordern. Aber ich will ja der letzte. Das ist auch schon die nächste Armee. So wichtig. Aber keine Samurai. Da braucht ihr mal. Wie ihr wünscht. Ja. Euer Befehl. Runter. Ihr benötigt Waffenhoheit. So, ein Samurai. Gleich noch Samurai. Ich werde angegriffen. Ich hätte so ein Katapult draufbauen. Der Feind nähert sich. Zack. So, einige Bogenschützen werden wieder abgelenkt hier. Die Bogenschützen noch nie so das Problem waren in dieser Mission. Ihr benötigt Waffenhoheit. Die Mangelplattform wartet auf Befehle. Feuer, Feuer. Der Feind nähert sich. Ich werde angegriffen. Wir halten die Augen auf. Spellfeuer. So. Versuchen wir so viele wie möglich zu kriegen hier. Oh, hat es einen zerrissen. War das von der Mangel? War das von der Balliste? Das ist nicht gemäßig zu sein. So kriegen wir natürlich keinen Stein mehr hier. Eure Waren wurden verschickt. Eure Waren wurden verschickt. Wir werden angegriffen. Oh, kaufen. Vielleicht noch so ein Feuerding bauen, falls möglich. Unsere Felsen sind bereit. Feuert die Marien ab. Oh, da hat es irgendeinen erwischt. Feuert die Pfeierplattform drauf. Gebt uns ein Ziel vor. Feuert die Pfeierplattform. So, schnell kommen die an uns nicht vorbei. So, alle da drauf. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Ich habe auch den ganzen Stein, den wir brauchen. So, jetzt ist die Mission gleich vorbei. Ein fremder Burgherr hat uns zu Gesprächen eingeladen. Die war denn in mir reingeballert, ey. Alter, später. Das hätte ich auch noch in der letzten Folge machen können. Das hat sich jetzt ja nicht genug. Vielleicht schneide ich... Ich, Leute, ich schneide die zusammen. Falls es... Dann ist es ein bisschen komisch für euch. Alles ab. Die fünf Minuten. Pack ich noch an die anderen Folge. Gut. Was denn, Leute. Vorletzte Kampagne kommt als nächstes. Ciao. Ciao.